Herzlich willkommen zu ATOCK24 am 7. Juli. Der elektronische Heilberufsausweis wird künftig ein zentrales Arbeitsmittel in der Apotheke sein. Ohne ihn können E-Rezepte weder bedient noch geändert werden. Seit vergangenem Monat geben die Kammern HBA auch an angestellte ApothekerInnen aus. Wer zum Stichtag 1. Juli in einer öffentlichen Apotheke beschäftigt ist, erhält den HBA anteilig in Höhe von 449 Euro erstattet. Die tatsächlichen Kosten können jedoch höher liegen. Approbierte sollten sich deshalb mit ihren Arbeitgebern über die Differenz zwischen Kosten und Erstattungssumme persönlich einigen. Es ist nämlich nicht geregelt worden, wie den Angestellten die entstandenen Kosten zu erstatten sind. Es obliegt deshalb den InhaberInnen und abprobierten diesbezüglich Vereinbarungen zu treffen. Fünf Wirkstoffe gegen Covid-19 könnten im Herbst die Zulassung von der EMA erhalten. Bei vier Vertretern handelt es sich um monoklonale Antikörper, die entweder als Mono- oder Kombi-Therapie miteinander angewendet werden. Der fünfte Wirkstoff ist ein Immunsuppressivum und seit vier Jahren zur Behandlung der Rheumatoiden Arthritis zugelassen. In den USA werden einige der Wirkstoffe bereits seit mehreren Monaten eingesetzt. In Deutschland sind die Therapien zwar ebenfalls in speziellen Kliniken verfügbar, doch tatsächlich zum Einsatz kommen sie eher selten. Apotheken können ab heute erstmals medizinisches Cannabis aus deutscher Produktion beziehen. Über vier Jahre nach der Einführung ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte am Mittwoch offiziell in den Vertrieb eingestiegen. Apotheken können über die Homepage der Cannabis-Agentur direkt bestellen. Der Preis liegt fest bei 4,30 Euro pro Gramm und damit deutlich unter den bisher üblichen Marktpreisen. Neben einer Verringerung von Lieferengpässen und Importabhängigkeit könnte das staatliche Cannabis damit zu einer allgemeinen Senkung der Preise im Markt für medizinisches Cannabis führen. Wie groß der Effekt auf Versorgungssicherheit und Marktpreis ist, muss sich allerdings angesichts der niedrigen Produktionsmengen erst noch zeigen. 2,6 Tonnen werden pro Jahr angebaut. Im vergangenen Jahr hatte das Bundesinstitut den Import von fast 10 Tonnen genehmigt. Das Großhandelsgeschäft in Europa wird neu aufgeteilt. McKesson zieht sich weiter aus dem Markt zurück. Phoenix übernimmt Teile des Geschäfts des US-amerikanischen Konzerns. Dazu gehört auch die Europazentrale in Stuttgart. Die anteilige Geschäftsaktivität von McKesson Europe in Deutschland, also das Gemeinschaftsunternehmen Alliance Healthcare Deutschland und GEHR, ist nicht Teil der Transaktion. Insgesamt ist McKesson in Europa in zwölf Ländern aktiv. Die Transaktion steht unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Ad Hoc 24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Ad Hoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.